Bei jedem, bei den ganzen Zahlen, eigentlich schon sagen, Herr Ocken. Herzlich willkommen bei der Stadtmann, Norbert Spiesner. Und die Gewernerin ist auch wieder hoch hier. Und ja, er hat das nicht mehr entschuldigt, aber dann werden wir klären, weil er den Wohltag dann auch gerne machen lassen soll. Ihr Lieber, Herr Fußball-Bergeister, der im Bundeskanzler in die Länge zieht, das 19. Turnier des FC für Kierheim. So wie immer in den vergangenen Jahren eines der größten Turniere, Norbert Spiesner, die es in Kärn gibt. Für Kierheim im Mittelpunkt des Fußballnachwuchses, was besser ist, kann das nicht passieren. Da freuen sich alle mitgereisten Fans, Eltern, Freunde, Betreuerinnen und Betreuer, recht herzlich für uns im Verkehr, auch zum Fußsetzer begrüßen. Wir sind stolz darauf, das ist für wir, für uns im Verkehr nur zu führen. Und ich darf den Gelegenheit auch zur Begrüßung beim Roland Kutschi und seinem Team. Da sind viele, viele, die mitarbeiten, die mit tun. Ein recht herzliches Vergeiztenstag, Roland. Das ist eine ganz tolle Werbung für Fußballspurter, eine ganz tolle Werbung für Fußballstadion und Sportstadion für Kierheim. Ich gratuliere jedem einzelnen Wien, aber ganz besonders an dir freue ich mich über unsere Fans und Freunde, ich glaube, ich kann sagen Freunde, aus Wien, aus dem 10. Bezirk. Wir haben sich gerne von jedem 10. Bezirk, klar, und so ist der Kierheim, sehr herzlich willkommen. Kuletzt-Fußball, genauso wie der Roland Kurskollekt ist, ist ja in der ersten Zeitdien, Kuletzt-Fußballar. Wir sind froh, dass wir den Schlussraum, dass wir immer mit, wirklich mit 3 über 100 Leuten, die noch bei uns im Verkehr sind. Aber es ist jede einzelne Mannschaft, egal wo sie kommt, wirklich herzlich herzlich willkommen. Wer nicht willkommen ist, und das sage ich auch ganz viel어서 dazu, Da sind Leute, da muss Fußball verwechseln mit Ranale, wir brauchen ja Ranale, sogar Fußball ist ein Sport, wo Teams miteinander grenzen, wo sie gegenseitig unterschließen und schauen, das Beste für sie und ihr Team zu erheben. Aber Ranale, das muss man nicht verlieren, die Gründe, das brauchen wir nicht, das muss man niemals verlieren haben. Danke und viel Spaß. Ich möchte den Präsidenten Roland Kutsch, den Sie mit Ihnen herzlich gratulieren zu dieser super Veranstaltung. Tolle Stimme, tolle Stimme auf den Mengen, Emotionen auf den Stufen, Emotionen auf den Mengen, aber hätte es nicht vergessen, es war jetzt ein Spiel, wie auch immer ein Spiel endet, wir sind Freunde und gehen auch als Leute auseinander. Ich würde sagen, wie Sie sehen, ich freue mich schon auf 20.5. gewinnen und freue mich auch wieder auf Spurs noch zu verbringen. Vielen Dank. Und wer hat mir jetzt noch gar nichts gesagt? Ne, wir haben das, was ist doch da, dass wir jetzt hier verkehrt werden. Und jetzt mit der anderen Apparate sein. Und jetzt mit der anderen Apparate sein. Dann bin ich mit der andere Stimme. Und ich möchte jetzt noch einmal die Gulpretung von Herrn, denn die Stimme umher größte der Alex, die ist völlig fertig, die Alex B. Es geht an der Schaum und durch wobei. Es ist unglaublich, dass das geklaut ist. Danke, dass wir nur noch mehr sitzen. Wir geben eine Rassismus-Plastikon, wir geben eine Druck, wir werden nicht mit Sport. Ich glaube, die Politik ist doch eine aufsprachende Erkennung der Däzision. Bein wir an der Reihe. So, und der Funger ist einfach. Danke für uns kurz ein. Ich bin ja nicht nur der Sprecher, ich bin auch der Kunde von SVR und ich möchte nur einen Platz für die E-Mail-Runde beim FC Verkehr. Und natürlich werden wir nächstes Jahr mit so vielen Wurschaften geben können, mit den Wuren antreten. Aber jetzt, alles mit den Namen nehmen, nur von ihm an, mit der Siegerung. 08. 4. Platz ist bei Verkehrmen 2. Betriebmitteln 08. 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 07. Vielen Dank. 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 Thank you. 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 Thank you.